Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Millers Girl, dem neuen Film mit Jenna Ortega, in den sich auch Martin Freeman reingehört hat. Ich bin Stu und heute an meiner Seite ist mein Millers Girl, mein Stu Girl, ich bin der Schlöcker-Boy. Egal, hallo. Oh ja, sei mein Lehrer und bring mir Dinge bei. Lass uns unflätige Worte benutzen. Immerhin ist bei uns die Altersdiskrepanz nicht ganz so hoch, würde ich sagen. Ach, also bist du nicht... Also doch, natürlich ist die Schule extrem hoch, die Schlöcker, natürlich. Eklatant, würde ich sagen. Mindestens zwei Jahre oder so. Ja, mein lieber Schlöcker, wir beide konnten Millers Girl schon vorab sehen. Der Film startet am 14. März in den deutschen Kinos und du kannst uns kurz sagen, worum geht's eigentlich? Ja, es ist so eine Geschichte, wo es um so eine Studenten-Lehrer-Affäre geht. Und jetzt hat sich aber bei diesem Film noch so ein schriftstellerischer Aspekt reingebracht. Die beiden sind nämlich, schreiben gerne und treffen sich eben dann auf diesem Niveau. Und so soll dieser Film uns eine intellektuelle und eben erotische Ebene zusammen näher bringen. Oh la la, vielen Dank. Millers Girl ist das Regie-Debüt von Regisseurin und Autorin Jade Halle Bartlett. Ich habe ein bisschen recherchiert, die hat davor hier und da ein paar kleine Schauspiel-Jobs gehabt. Aber wirklich, Millers Girl ist so ein bisschen wie aus dem Nichts. Bekannteren Namen hinter der Kamera waren dann eher Seth Rogen und Evan Goldberg, die den Film produziert haben. Und als ich die Namen gelesen habe, dachte ich mir so, okay, vielleicht ist der Film ja nicht ernst gemeint. Denn ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Und in den ersten 20, 30 Minuten habe ich mir das angesehen und dachte, das kann nicht deren Ernst sein, oder? Also da muss ich gleich hier mit einem Funfact ankommen. Also was heißt Funfact? Mit einer kleinen Anekdote, einem kleinen Schwank aus meinem Leben, aus meiner Pressevorstellung. Und zwar, ich habe den Film gestern im Kino gesehen und er fing an, der Film war auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Er fing an, Sound war da, aber es standen plötzlich Untertitel da, man hat aber nichts gehört. Und die Untertitel waren sowas wie, ich lebe hier in diesem dunklen, düsteren Haus, diese riesige Villa, die meine Eltern mir überlassen haben. Nein, sie sind nicht tot, aber sie tun so, als wäre ich tot für sie. Aber immerhin kann ich meine schriftstellerische Leidenschaft ausleben, denn selbst auf einem Friedhof wachsen noch Blumen. So ist ungefähr der Text am Anfang. Und wir saßen in der PV, also in der Pressevorstellung, und es lief ungefähr fünf Minuten lang, standen unten tausend Texte, aber man hat einfach keine Dialoge gehört. Bis dann mal jemand vom Kino kam und meinte, äh ja, das soll so nicht sein. Und haben dann gesagt, dass eine Box kaputt ist, es musste repariert werden. Ende vom Lied. Der Film fing erst eine Stunde später an, die Vorstellung. Und wir haben uns alle kurz lachend an den Kopf gefasst, weil wir erst dachten, das sei irgendwie ein künstlerischer Trick des Films. Nein, war es nicht. Okay, dann erstmal vielen Dank für deine, ich nenne mal, schauspielerische Glanzleistung. Wenn ihr jetzt glaubt, boah, die Schlocke hat jetzt aber echt übertrieben. Nee, es ist wirklich so. Also der Film ist durchzogen von solchen, ich möchte sagen, Dialogen und Monologen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich am Anfang dachte, ah, die meinen das nicht ernst. Das ist so eine Art, so eine Karikatur, so eine Parodie, weil, sei mir ehrlich, diese Geschichte von wegen dem Lehrer, der sich in die Schülerin verliebt oder umgekehrt. Und das wird so eine, ja, ungünstige und ungesunde Beziehung, ist jetzt auch nicht so neu. Deswegen dachte ich, okay, sie versuchen das so als, nicht als Hau-drauf-Parodie, aber schon so als, vielleicht auch so als Satire. Aber irgendwann ist bis dann gespannt. Ich glaube, die meinen das ernst. Ja, was du sagst, das ist mir auch, ich fand es auch ganz seltsam. Das ist so, man hat den nicht so ganz gegriffen, den Ton. Und die haben sich gleichzeitig noch widersprochen. Also wir haben zum Beispiel hier Martin Freeman spielt den Lehrer und Jenna Ortega spielt die Schülerin. Und Martin Freeman hat auch so eine Frau, die sehr lasziv wirkt. Also sie läuft eigentlich nur in Unterwäsche und da drüber so ein Cardigan rum, so ein Mantel, so ein Sexy. Sie sprechen sehr offen über Sex. Sie flirten sehr viel und sie kommen auch auf das Thema zum Beispiel, dass er eben diese Schülerin hat, die ihn auch ein bisschen anhimmelt und die er auch ein bisschen anhimmelt. Da sprechen sie relativ offen drüber, habe ich zumindest so den Eindruck gehabt. Und dann wird es aber plötzlich trotzdem schockiert. Also ich dachte, die Frau ist damit einigermaßen, die weiß, was Sache ist. Aber irgendwie weiß sie dann doch nicht, was Sache ist. Also es war so, hä, habe ich die Rolle jetzt gar nicht verstanden? Ja, geht mir auch so. Ganz komisch, die Story, die Figuren waren ganz platt geschrieben. Aber wenn die Story gebraucht hat, dass sie anders platt waren in die andere Richtung, waren sie plötzlich anders in die andere Richtung. Ja, und da waren auch so Sachen, zum Beispiel, es gibt sehr wenige Figuren. Und eine der Nebenfiguren ist so ein Physik- und Sportlehrer, gespielt von Bashir Sadahoudin. Das ist so der beste Freund von diesem Literaturprofessor oder Lehrer, gespielt von Martin Freeman. Und der erzählt ihm dann irgendwie so, ja, ich habe mit irgendwelchen Mitschülerinnen oder Schülerinnen, die schicken mir halt so das Ziel wie erotische Fotos. Das ist okay. Weißt du, ich halte mich an die Grenzen. Wo ich mir auch dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, und wir zwei, wir haben ja neulich in unserem Side-Projekt Schocker mit Schlogger den Horror-Trash-Film, sage ich jetzt einfach mal Trash, Sleepaway Camp besprochen. In dem wir auch gesagt haben, da gibt es nämlich eine Figur, die in diesem Camp arbeitet, die sagt, geil, sie können gar nicht jung genug sein. Und die ist eindeutig, also die Figur kriegt auch ihr Fett weg, aber hier, das soll ein ernster Film sein, in dem es nicht geahndet wird und sogar ganz locker und haha, ist das nicht cool, das gehört zum Lehrer sein dazu. Darüber gesprochen wird, dass die Schülerinnen mit den Lehrern massivst flirten und eben auch solche Fotos schicken und anzügliche Nachrichten. Und da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das okay ist oder nicht, bis der Film dann plötzlich möchte, dass das bestraft wird. Also ich, es war ganz, ganz komisch. Also erst Martin Freeman verhält sich die ganze Zeit so, als würde er in einer Welt leben, in der es okay ist, in der man mit seinen Schülerinnen flirtet. Aber plötzlich, als es dann rauskommt, ist es natürlich überhaupt nicht okay, sondern er könnte seinen Job verlieren. Hä, wusste das nicht vorher? Da verhält sich doch keiner, der das weiß. Sowieso, diese ganze Schule, an der das spielt, wirkt auch, also ich muss sagen, ich wünschte, ich wäre damals auf so eine Schule gegangen. Wirkte mehr wie so ein, also als ob die da irgendwie nach Schulschluss Erfolgen von Bares für Rares aufnehmen. Also mehr wie so eine Antiquitätenhandlung wirkt diese ganze Schule. Und vor allem, du hast zwar immer mal wieder so kurze Szenen, wo im Hintergrund mal eins, zwei Schüler rumlaufen, aber ich hatte nie, aber auch wirklich nie das Gefühl, das ist wirklich eine Schule. Ja, genau, also das ist einfach nicht ernst, dieses Flair, was du aufgenommen hattest, ist einfach nicht ernst gemeint. Auch die Jenna Ortega, die in diesem Lehrerraum, okay, es wird auch angesprochen, dass es ein alter Theaterraum ist, alle sitzen normal zu zweit an ihren Pulten, aber sie sitzt in der Mitte direkt vor ihm alleine an einem Tisch. Hä? Ja, und ich verstehe diesen Film einfach nicht. Und das ist, glaube ich, das Positivste oder das Beste, was ich ihm geben kann, dass ich da rausgegangen bin und so ein bisschen verdattert war und mich gefragt habe, was sollte das? Weil ansonsten, fand ich, bietet der recht wenig. Er ist kein richtiger Thriller, das heißt, er ist auch gar nicht richtig spannend. Die Figuren benehmen sich teilweise echt absolut konfus, du hast schon gesagt, seine Ehefrau, die eigentlich so tut, als ob sie, ja, mach halt, was du willst, und dann plötzlich so, zack, ändert der Film wieder. Allein in den Namen. Jenna Ortega heißt Kairo Sweet. Das ist, ich, ich weiß es nicht, aber bei mir war es halt so, in der ersten halben Stunde hatte ich damit Spaß. Aber der Film geht knapp 90 oder 100 Minuten. Nochmal eine halbe Stunde später dachte ich mir, okay, es wird jetzt langsam ein bisschen albern und auch anstrengend. Und in den letzten halben Stunden war ich nur noch da und dachte mir, boah, bitte hört auf, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und was wir auch am Anfang meinten, also es ist ja auch, wird auch recht explizit, weil er ihr eben die Aufgabe gibt, sie soll im Stile ihres Lieblingsautoren eine Kurzgeschichte schreiben. Und ihr Lieblingsautor ist eben, also die Hauptfigur heißt Miller mit Nachnamen, also Martin Freeman, und ihr Lieblingsautor heißt auch Miller mit Nachnamen. Wie heißt der, Henry Miller? Henry Miller, der wirklich ein sehr bekannter und sehr provokanter Autor war, wirklich sehr provokant. Genau, ich kannte nichts von ihm und der Film hat erreicht, dass ich dachte, oh, vielleicht muss ich von dem mal was lesen, weil das klang wirklich sehr pervers. Und sie schreibt dann eben auch einfach nur eine perverse Geschichte unter dem Deckmantel, dass sie eben seinen Stil kopiert hat. Und dies ist, also das, fandest du das erotisch, was du da gesehen und gelesen hast, gehört hast? Nein, nicht wirklich. Also ich muss dazu sagen, ich habe mal eine Zeit lang, es klingt jetzt so, als wäre ich ein Literaturexpert, aber ich habe mal wirklich was von Henry Miller gelesen und das war auch nie wirklich erotisch für mich. Das ist mehr so ein bisschen provokativ und mehr sexuell als erotisch, was er schreibt. Stehst du nicht auf Feigenspalten? Nee, aber Datteln mag ich ganz gern. Dattelspalten? Okay. Datteln im Müsli, ich sag's dir, das ist der Hit. Okay, also wenn man dich irgendwie pornografisch erreichen möchte, dann sollte man über die Datteln im Müsli schreiben. Genau. Dann sagt jemand so, hey, ich habe Datteln im Müsli. Hallo. Hast du auch fettfreien Joghurt dabei? Dann kriegst du die volle Ladung von mir. Wenn sie das mal im Film gemacht hätten. Ja, also ich war zwischendrin, dachte ich, okay, jetzt bin ich gleich ein bisschen drin in der Erotik, aber dann war es plötzlich wieder vorbei. Also auch da nicht mal ganz, haben sie es hingekriegt. Ja, aber ganz ehrlich, ich mein, wir, ich mein, im Prinzip kannst du ja sagen, Wednesday will was von Bilbo Beutlin. Aber die Erotik in dem Film ist auch jetzt nicht so krass. Also wenn ich bedenke, dass in den 90ern da Erotik-Thriller, Erotik-Dramen erschienen sind, wo man auch was gesehen hat und wo auch was passiert ist. Das hier ist ja, da ist ja, weiß ich, damals Sport 1, Mitternachtsklips waren ja noch heftiger. Also ganz ehrlich. Also wenn ihr jetzt da reingeht und bei dir irgendwie denkt so, Bilbo poppt Wednesday, na das, ich glaube, das erwartet ihr euch zu viel. Nee, da passiert wirklich gar nichts, außer halt intellektuell in Worten. Und vielleicht ist das auch, was der Film wollte. Er wollte uns eben diese pseudo-intellektuelle Schriftsteller-Level mitbringen. Und da haben sie dann eben ihre Affäre expliziter. Vielleicht war das der Gag des Films? Ich weiß es nicht. Ich bin halt wirklich gespannt, wenn der Film vielleicht so ein, zwei Jahre auf dem Buckel hat, dass vielleicht mal jemand sagt, was das sollte. Bitte erklärt uns diesen Film. Er ist so schwer. Ja, also er ist nicht schwer zu begreifen, aber es ist schwer zu erfassen irgendwie. Pass auf, wenn die Regisseurin jetzt sagen würde, Leute, das war nicht ernst gemeint, würde ich sagen, okay, ja, das habe ich gesehen, aber dann hast du dann die Stellschrauben nicht ganz richtig. umgestellt, nenne ich es mal. Ja, also es ist für meinen Geschmack. Wenn sie aber jetzt sagen würde, das ist, was war eine, das war ein Drama, dann dachte ich mir auch so, okay, ich, nee, hat nicht funktioniert. Und es ist so, so ein ganz seltsamer Film, der so in der Schwebe ist. Ich hoffe halt wirklich sehr, dass, dass die Macher sagen, es ist nicht ernst gemeint, weil dann hat er für mich zwar immer noch nicht funktioniert, aber dann habe ich es zumindest erkennen können. Wenn sie aber irgendwie sagen, da steht was anderes drin, nämlich halt eben, das ist wirklich um Begehren und Obsession und Leidenschaft. Und zwar Leidenschaft, die sich vom körperlichen Trend und fast nur das literarische reingeht. Dann sitze ich einfach nur wie der Ochs vom Berg und denke mir so, ja, gut, dann habe ich das einfach nicht gesehen. Vielleicht bin ich einfach doof. Und wie fandst du denn die Schauspieler? Also vor allem die zwei Hauptdarsteller? Innen? Ich mag beide wirklich gerne. Ich muss aber sagen, ob das jetzt Jenna Ortega und Tim Milter, Tim Milter würde ich schon sagen, Martin Freeman sind oder jemand anderes, das wäre jetzt egal gewesen. Was ich ganz interessant fand, ein paar Kollegen haben im Vorfeld verwechselt und dachten, morgen Freeman spielt mit und nicht Martin Freeman. Das hätte der ganzen Geschichte vielleicht noch so einen extra Kick verliehen, aber ich kann dir nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben. Die machen einen guten Job. Ich glaube, das liegt mir am Drehbuch. Ich fand diesen Bashir Salahuddin als seinen besten Freund, fand ich noch irgendwie ganz, ganz interessant. Bis er dann plötzlich angefangen hat zu sagen so, ja, mir schicken die halt Sexfotos oder sexy Fotos. Das ist okay. Weiter geht man einfach nicht. Ja, so ging es mir mit der Frau. Ich fand seine Frau irgendwie sympathisch, dass die so offen ist und die auch so ein sexy Ding haben, bis sie halt angefangen hat, plötzlich sich um 180 Grad zu drehen. Und ich muss auch sagen, natürlich, als sie dann anfängt, so ein bisschen auf seinem Traum rumzuhacken, das fand ich auch nicht ganz fair. Das war ja offensichtlich nur, damit da eine Lücke entsteht, in die Wednesday reinrutschen kann dann und damit es irgendwie erklärt werden kann. Ja, das war auch die Situation, wo ich dachte, okay, du warst jetzt so gefühlt 60 Minuten lang so ein bisschen Sharon Stone in Basic Instinct drauf. Ja, also immer so ein bisschen so leicht verführerisch, so und es gibt ja auch diese schöne Szene, wenn sie ihm so nebenbei sagt, übrigens, du warst heute ein guter Ehemann, ich hole gleich einen runter. Und dann in der letzten halben Stunde packt sie so, wer hat Angst vor Virginia Woolf raus. Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Also, Leute, wenn ihr euch den Film anguckt, wie gesagt, 14. Februar, ach, Februar, März ist es, startet er, dann hinterlasst den Kommentar bitte und sagt uns, was ihr darin gesehen habt, denn ich von meinem Teil bin echt ein bisschen ratlos rausgekommen. Ja, und ich muss auch wieder sagen, das Problem mit Martin Freeman, also es ist sein Vorteil und auch sein Problem, er spielt ja irgendwie schon immer sich. Also, das hatte ich in dem Film auch das Gefühl und es ist insofern nicht schlecht, als dass er ein sehr sympathischer Charakter einfach ist. Und in dem Film hier fand ich es dann ganz erfrischend, dass diesen naiven, netten, etwas trotteligen Typen so ein bisschen mit dieser erotischen Seite zu mischen, weil das kannte ich von ihm jetzt noch nicht so krass. Das fand ich dann ganz nett. Hast du den Hobbit nicht gesehen? Der Hobbit hat er, da gibt es ja irgendwas mit Smaug, aber was ich nicht gesehen habe, irgendeinen Tittertipp. Wie mit den Zwergen, gleich im ersten Teil. Ja, ich habe ja auch Breeders heißt es, glaube ich, die Serie mit ihm, die es bei Disney Plus gibt, da spielt er eigentlich so eine ähnliche Rolle. Also, er spielt halt einen Ehemann mit einer Frau, mit der er ein bisschen rumflirtet auf seine Art von Humor und die haben eben zwei Kinder. Oder es ist vielleicht gar nicht die ähnliche Rolle und ich will es einfach nur sagen, weil er ist für mich immer das Gleiche. Was nicht per se schlecht ist, weil es ist einfach... Ja, aber, ja, stimmt schon, stimmt schon. Also, ich habe Breeders die erste Staffel gesehen und fand die sehr, sehr amüsant. Und stimmt, es gibt Parallelen dazu und er passt auch einfach in dieses Profil einfach gut rein, wie ich finde. Was ich noch ganz spannend finde, ist, und da bleibe ich jetzt ein bisschen vage, weil es wirklich so um die letzten 15 Minuten des Films geht. Ich finde halt, der Film hört eigentlich dort auf, wo ganz viele andere Filme dieses Kaliber selbst richtig anfangen. Finde ich zumindest. Ja. Ich glaube, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Film und war dann froh, dass es das Ende war. Ich auch nicht, aber es fiel mir dann auf. Ja, okay. Als ein Profi. Ja. Wie war denn so bei dir nach der Vorstellung so das allgemeine Echo für den Film? Weil bei uns war es eher sehr negativ. Ja, ich musste relativ schnell gehen, weil durch die Stunde Verschiebung musste ich dann die Kids von der Kita abholen. Aber ich habe nur mein eigenes Feedback mitbekommen und ich teile es jetzt quasi mit dir zum ersten Mal, weil alle anderen, mit denen ich sonst spreche, mussten halt gehen, weil die schon vorher ihre Kinder abholen mussten. Ach, da seht ihr das mit den Kindern. Und deswegen, ich merke ja schon, ihr hört es auch da draußen, wir sind hier sofort eingestiegen mit einem Miller's Girl Bashing. Also hier ist ja gar keine Ordnung mehr drin. Wir motzen nur, was wir schlecht fanden an diesem Film. Und das ist, glaube ich, auch, was die anderen gesagt hätten, schätze ich mal. Ja. Das war ja schon allein von diesen ersten Minuten, wo wir nicht mal Dialog gehört haben, sondern nur gelesen haben, konnte man ja schon merken, okay, das ist dieser Exposition-Dump an trashigen Wortbildern von einem Mädel, was allein in einer Villa wohnt. Und irgendwie, da konnte man schon halb ablesen, was das für eine Art Film sein könnte. Ja, 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 das sehe ich genauso. Und was Interessante war noch für mich, ich habe da am Vortag den neuen Woody Allen gesehen und da habe ich mich mit Kollegen darüber unterhalten, dass wir es beide echt zum Kotzen finden, wenn es so heißt, so, ich bin Autor. Das ist so in Filmen so die ödeste Berufsbezeichnung für Leute, wo du einmal nicht erklären willst, was sie eigentlich beruflich machen, weißt du, weil die im Film sich um was anderes kümmern müssen, also um ihren Job, was ja okay ist, ja. Aber als dann Mindestgöl der zweite Autorenfilm war, den ich diese Woche gesehen habe, dachte ich auch nur, bitte keinen dritten mehr. Ja, oder diese Autoren, die dann lehren müssen, ist ja ganz oft auch so ein Trope und dass sie dann damit hadern, dass sie ja eigentlich, oder was du ja auch, glaube ich, auch meintest, dass sie eigentlich, eigentlich sind sie Autoren, aber sie müssen eben einen richtigen Job machen und was weiß ich. Also, bevor jetzt Leute, die mich hier öfters verfolgen, öftere Sachen, öfters, mein Gott, ich kann nicht mehr reden, bevor jetzt Leute ein bisschen meckern und sagen, aber du, Oliver Stranger, das fandst du doch großartig, da war der Typ doch auch Autor. Ja, aber da macht es Sinn, dass er Autor ist, wegen seiner Imagination, wegen seiner Fantasie, das will ich hier nur kurz loswerden. Wer aber auch ein Autor ist, oder beziehungsweise, ja nicht Autor, ich würde sagen Comic-Künstlerin, bist du und du bist ja sowas wie meine Lehrmeisterin und zwar Lehrmeisterin, wann man einen Podcast beenden sollte. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so in dieser Phase des Podcasts, wo wir einfach mal unser Fazit abgeben und uns danach verabschieden, was sagst du dazu? Ich bin da voll dabei, ja. Okay, dann darfst du anfangen. Also, ich fand den Film wirklich gar nicht gut. Ich habe, ich glaube ich, der Dame von der Presse, vom Verteiler am Ende gesagt, nee, vom Vertrieb, ich weiß nicht mehr, wie das richtige Wort ist. Ist auch egal, mein Zitat war irgendwie, ja, schön inszeniert und kurzwellig, aber war halt scheiße, so ungefähr, nur in schönen Worten. Also, er ist, man kann ihn sich angucken, es gibt schlimmere Filme, aber das ist, glaube ich, das Beste, was ich aus dem Film jetzt rausholen kann. Ich fand den echt, vor allem, wenn die Charaktermotivationen so hin und her geworfen werden und man gar nicht mehr versteht, was jetzt eigentlich sein soll und dieses Hauptthema auch nicht mal richtig durchgespielt wird. Und ja, ich fand den wirklich echt nicht gut. Deswegen von mir da keine Empfehlung dafür. Und du, was sagst du? Ja, kann ich genauso unterschreiben. Bin ich eins zu eins deiner Meinung und füge noch hinzu, dass es auch erotisch gesehen nicht knistert, wirklich gar nicht. Also, ich würde diesem Film wirklich nur richtig hartgesortenen Jenna, Ortega und Martin Freeman Fans empfehlen. Findest du es nicht sexy, wenn man mal das Wort Fotze und Wichse sagt? Dürfen wir das hier sagen? Ich weiß es nicht. Und das ist schon das Level an Erotik, was wir da erreichen. Ähm, doch, das ist jetzt, also, uh, Schlogger, jetzt, ich wurde gerade wärmer hier, also, oh, ich dachte, wir sollten jetzt echt aufhören, also. Dattel in dem Müsli, ah. Schlogger, verzeih mir dieses sehr unangebrachte Vokabular, aber du bist ein verrücktes Luder. Ui. Wir sind hier mit durch, keine Empfehlung von uns von Minas Girl, wenn ihr ihn trotzdem sehen wollt, ab dem 14. März, nicht April, nicht Februar, März ist das im Kino. Übrigens, einen Tag davor kommt die neue Folge Schocker mit Schlogger raus. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist sie vermutlich schon draußen und hört euch das an. Es geht um Sleepaway Camp, passend zum Thema, genau. Genau. Und, äh, wie erotisch das sein wird, das verraten wir hier nicht, das müsst ihr schon selbst hören. Also, ihr Lieben, vielen Dank, denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Könnt uns gerne auch eine Bewertung, eine positive natürlich und ein Like da lassen. Ich sage tschüss, verweise noch auf unsere Webseite www.tele-Stammtisch.de und, äh, ja, es wird Zeit für ein bisschen Reklameschlogger. Ja, Reklame, denn, äh, ich bin ja Autorin, aber ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Und eigentlich will ich ja nur schreiben. Und wo ist denn mein lüsterner kleiner Student? Äh, nein, also ich schreibe auch Bücher, die könnt ihr sehen im Schloggershop.de oder auch mal reinlesen auf Schlogger.de. Oder geht einfach auf Social Media, da findet ihr fast alles umsonst, müsst ihr gar nichts kaufen. So ist das doch in der heutigen Zeit. Social Media unter dem Handle The Schlogger und zwar auch eigentlich überall, wo es Likes gibt. Das war die Reklame, mehr Reklame für mich als für diesen Film. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir hören uns. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.